Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Just Cause Numero 4. Ja, wir sind jetzt hier respawned worden, nachdem ich das Spiel neu gestartet habe. Das heißt, wir sind jetzt hier in Valdemar im Gebiet, offenbar. Wir haben diese Basis schon übernommen. Da fehlen aber noch ein paar Basen, die wir noch einnehmen müssen. Wir sind jetzt hier in dem Gebiet. Die haben wir eingenommen. Dann müssen wir noch wahrscheinlich das hier, das hier, das und hier noch ein paar Gebiete einnehmen. Und das geht am besten mit einem wunderbaren Rebellenabwurf. Aber da ist jetzt nicht sofort... Moment. Fahrzeug, Helikopter... Na komm, nehmen wir mal... Ja. Nehmen wir mal so eins. Na komm, wo bleibst du? Määau. Boah. Ey. So. Gut, dass das geklappt hat. So, erstmal gucken, wo wir unser Ziel hin bewegen. Wir sind jetzt in diesem Gebiet hier. Die Basis haben wir eingenommen. Da müsste ich jetzt rein theoretisch hier hin fliegen. Dann machen wir das mal. Hä? Wieso habe ich ein feindliches Flugzeug zerstört? Weißt du ja nicht, wie ich das gemacht habe? Aber ich habe es gemacht. Bin so stolz auf mich. Warte mal, ist das die Brücke aus den Let's Plays? Mit den Zügen? Ich glaube ja. Wozu... Was mache ich denn? Die macht doch gar nichts. Komm, ich zerstöre irgendwas offenbar. So, hier ist offenbar nix. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir... Hier ist noch ganz große Basis. Offenbar. Waldemar. Moment. Dann fliegen wir mal dorthin. Und das ist jetzt, wenn die Gebiete ein bisschen größer sind. Dann muss man schon was einiges machen. Warte, ich sehe noch eine Basis offenbar. Ich sehe eine runde Kugel. Und da sehe ich auch noch etwas. Weee! Äh. Bisschen zu knapp. Bäum! Das könnte Ärger geben. Könnte, muss es aber nicht. Hallo. Autsch. Ich habe mich gerade selbst in die Explosion zugekommen. Aber ich habe das Gebiet noch befreit. Das ist cool. Kinderspiel. Das ist cool. Aber ich habe das ja noch befreit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das habe ich noch geschafft. Okay. Ja. Immerhin. Das haben wir jetzt noch geschafft. Cool. Dahin wollte ich hin, ne? Ja, danke. Oh, Entschuldigung. War keine Absicht. Aber ich nehme mal das Motorrad. Ich meine, ich muss in die Richtung. Ah. Ja. Ja. Hilfe. Er wundert sich nicht. Ja, aber nicht, dass ich auf einem Motorrad der DRM drauf fahre. Und los geht's. Und los geht's. Autsch. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Die erlaubt so. Ich zuste mal ganz kurz ab. Adios, amigos. Verstanden? Verstärkung ist unterwegs. Braucht ihr noch nicht mal. Ich hau ab. Braucht also keine Verstärkung. Aber ich habe meine Augen doch nicht gestäuscht. Da sind wir eine Basis. So. Nein. Boah. Boah. Yeah. die personen eliminieren jawohl ha 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 nicht schlecht so geht das eine kugel zerstört alles ich bin so gut und dreht man das gas bitte ab jetzt wenn alles hier in die uhren fliegt ich habe nichts mehr aufnehmen schade ich warte mal bis ein fahrzeug hier vorbeikommt hier kommt keiner vorbei doch da kommt jemand alle einheiten hierher kein problem Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst! Es ist nichts los, was meckerst du denn? Kommen wir mal weiter. Die Rebellen kümmern sich darum. Die Rebellen machen das schon. Da war ein zerstörter Panzer. Da oben ist ein Zug. Hilfe! Das ganze Gebiet wird hier kontrolliert. Hier ist kein einziger Passant hier. Kein einziger Passant ist hier. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Da scheint ein militärisches Gebiet zu sein. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Jawoll. Eine Basis. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Link. Juhu! Oh, auf meine sehr große Basis. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Ich muss jetzt mal gucken, was für eine Basis es ist. Wo bin ich jetzt hier? Ah. Ich weiß nicht, was das für eine Basis hier ist. Ich weiß nicht, was das für eine Basis hier ist. Prima. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Das ist offenbar eine Art Basis. Wie kann ich diese Basis übernehmen? Was ist das hier für eine? Ich glaube, das ist doch nicht meine Basis, oder? Ich bin mir da so unsicher. Wie ist euer Status? Bitte kommen! Verdammt! Hier gibt es auch keine Hinweise darauf. Hier gibt es aber auch keine Hinweise darauf. Keine Reaktoren oder sowas zu zerstören. Das ist ein Aussichtspunkt. Das ist ein Aussichtspunkt. Was ist das hier für ein Wort? Ich gucke mich mal ganz genau hier um. Es sei denn, es hat was damit zu tun. Dann könnte ich es durchaus verstehen. Moment. Ja, genau. Ach, Helikopter. Urgapostolka. So. Ab in die Lüfte. Dann checken wir mal das Gebiet. Jawoll. Dachte ich es mir doch, da ist ein Gebiet. Stromausfall. Bitte kommen! Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen! War's das? Jawoll! Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Das war's. Weil die Basen grönt immer noch. Moment. Muss ich jetzt überlegen. Wenn das jetzt eine Basis war, wo ist... Was ist denn hier? Habe ich irgendwas über sie? Drehen wir mal um. Was? Nein, 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 nein! Oh. Was? Oh cool. Er hat überlebt. Alter! So, was ist hier? Nur eine alte Ruine. Okay. Wenn das nur eine alte Ruine ist, dann können wir das ja lassen und mal dort entfliehen. Ja, da oben ist was. Und da auch. Der nächste, bitte. Schaltanlage. Schaltanlage. Tatsächlich. Hier war etwas. Es ist showtime. Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. War es das? Nein, offenbar noch nicht. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs. Da war es. Jetzt war es das. Jawohl. Was so ein Feuerchen ausmacht. Jetzt gehört es uns. Okay. Ich dachte schon, da war irgendwas faul, habe ich mir gedacht. Ah, jetzt dämmert es mir auch. So. Fliegen wir mal dort hin. Warte, hier war doch noch irgendwas. Moment. Ich habe da noch irgendwas gesehen mit einer großen Antenne oder so etwas. Das ist sinnlos. Total. Da war einfach. Ich bin 있고, das ist zwei Feuerchen. Ja, passt jetzt raus. Komm schon! Geht doch! Seht nach einem Betriebsunfall aus. Ah! Verdammt! Boah! Verdammt! Ah! Na komm! Oh! Dich nehme ich gerne! Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position! Verstanden? Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position! Hier Zentrale! Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs! Ah! Herrlich! Lalalala! An alle Einheiten! Findet den Rebellen! Verfolgung aufnehmen! Die Lage ist eskaliert! Zusätzliche Einheiten sind unterwegs! Einsatz von Elite-Truppen autorisiert! Sie sind unterwegs! Oh! 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 Hilfe! Wow! Da ist mal am Ende! Jawoll! Boah! Das war, glaube ich, unbeabsichtigt, dass ich diese Basis einnehme. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge, bleibt sich mit mir gewogen und bis morgen. Ciao!